Willkommen zu Monis magischen Adventszeit und Türchen Nummer 16 und aus dem verregneten Desil in Paris, aber das macht mir nix. Wir stehen jetzt am Anfang der Main Street und ihr seht hier einen Zahnarzt. Ist euch der Zahnarzt schon mal aufgefallen? In dem Secret geht es um die Geräusche auf der Main Street. Wenn ihr genauer hinhört, könnt ihr beim Zahnarzt tatsächlich Bohrgeräusche und schreiende Menschen oder lautere Menschen hören. Also wenn ihr das nächste Mal hier seid, hört hin und wir gehen jetzt weiter die Main Street runter und dann zeige ich euch noch mehr Secret Geräusche, die ihr hier hören könnt. Und hier beim Main Street Motors Laden ist ein Fenster. Da hört man ihn. Man hört einen bellenden Hund hier. Und direkt gegenüber ist die Piano Lessons und da könnt ihr jemanden Klavier üben hören. Ich fing ich an nach capture. Vielen Dank.